Wunderschönen guten Tag, es geht weiter mit Ghost War, Ghost Recon Wildlands, mit Alex und Dalu. Hallo. Yo, yo, das ist Close Combat jetzt. Das ist geil. Wir haben zwei Sniper. Ne, ich hab extra den anderen genommen. Ja, aber der andere hat den Standard-Sniper. So ein Rush-Mode, das wäre hier vielleicht... Ne, das wäre doof. Ne, das passt einfach nicht so. Weil man die Map grad so sieht, wegen dem Stadt da oben. Das wäre schon cool, da noch reinzubringen. Aber ich glaube, Stadtkämpfe gibt es hier weniger. Weißt du, was ich hier ganz awesome finde? Die können einfach ihre riesen Welt nehmen und einfach ein Viereck auf Sachen ziehen und sagen, das ist die Map. Ja. Hier ist die Map, hier ist jetzt eine neue Map. Da gibt es bestimmt noch mehr. Also ist das die echte Spielwelt? Ja, also die eine City, die wir hatten, wo der Typ geschrieben hat Bad Aim Paul, das war aus dem ersten Kapitel. Also aus dem Beta-Kapitel. Deswegen, die Stadt kannte ich dann. So, ich glaube, dass es hier schnell zur Sache geht. Oder halt schnell Snipern, also vielleicht gar nicht so offen hinrennen. Oh, das ist sehr offenes Blenden. Ich sehe schon, welche laufen. Ich gehe ganz links lang erst mal. Mörser. Ach, das ist die Map, die hatten wir schon. Ich bin markiert. Da sind zwei, drei. Die haben auch Hunter, Sniper. Okay, ich versuche die zu empgehen ganz links lang, ne? Hier runter, komm. Ich muss hier runter kommen. Sie haben mich festgesetzt. Da gehe ich ins Haus rein. Ziemlich akkurater Ping von mir gerade. Einer pusht rechts, glaube ich. Ja, der ist da. Hat einen guten Hit gekriegt mit meiner Sniper. Das ist Ranger. Ich habe die Drohne. Ich habe die Drohne. Einer pusht links lang. Der richtige Sniper schießt auf mich. Gehört gerade sehr gut zu pressen. Vor dir Dalu. Am Baum. Geht da ein Call oder so? Der andere hat ihn getötet. Links ist einer close. Ach so. Oh Gott, ja, das war der andere. Okay, das war unser. Hab ihn nicht gesehen beim rübersteigen. Empfange Signal vom Aufklärungsturm. Er ist fast aktiv. Ich sehe ihn. Er hat mich auch gepinkt. Wo? Genau vor mir. Ich versuche zu pingen. Ich bin gleich da, Alex. Ich bin jetzt in Range. Da, wo ich gepinkt habe ungefähr. Gehen wir drauf? Ja. Er guckt mich an. Er hat auf mich geschossen. Ich pushe. Hast du ihn? Ne, er lebt noch. Ne, er lebt noch. Haben wir. Schön. Wie wir beide hier in Deckung gehen. Einen Gegner nur noch. Ich bekämpfe die Leiche. Nur der Sniper. Obwohl, ne, dann können wir weiter. Warte, ich nehme meine Drohne jetzt nochmal. Du bist zu den Holzstämmen gekommen. Nur das reicht, glaube ich. Meine AK ist halt einfach ein Spray. Jo, da hinten ist er. Ja, da hinten. Okay, ganz da hinten. So. Da sind ja den Holzbalken. Ich mache einen Spot auf mich, dass er denkt, dass ich war das. Dalu. Ich laufe genau in der Mitte von euch. Ja, er guckt zu mir. Hab ich gehittet. Ja, ich rush weiter. Oh, das war ein Header. Das war ein Headshot, stimmt. Jetzt habe ich ihn gegeben. Aber er war angeschossen schon vorher. War trotzdem ein Header. Ja, ja, ich meine, wir wissen nicht, ob es... Du machst sogar ein echt fieses Geräusch, Alter. Das war so ein Flatsch-Geräusch. Das ist ja geil mit dem Spotten, dass er direkt auf mich dann geht, ne? Obwohl, ihr müsst eigentlich so schlau sein und wissen, er hat nichts gemacht und auf einmal ist einer gespottet. Ja, vielleicht hast du geschossen oder so. Ne, ich hab gespottet, ich hab so die Fähigkeit... Ja, aber vielleicht denkt er, du wurdest gespottet, weil du geschossen hast, weil ein anderer dich gecallt hat, so irgendwas. Das ist schon gut, aber... So hat er auf dich gezielt und ich konnte ihm halt einen Schuss geben, weil er gerade abgelenkt war. Genau, ich halte mich einen Schuss aus sogar von dem. Es reicht ja sogar, wenn du hinter einer Deckung bist. Er guckt ja trotzdem kurz zu dir. Und in der Zeit kann ich ihn mir halt holen. Ach ja... Jetzt haben wir den High Ground. Ja, aber ich hab die falsche Sniper, aber unser Random hat das ja. Auf geht's. Und ist er hier noch? Super, dass man so hochsprungen kann. Ja, das ist echt gut. Das ist wie bei PUBG. Angedacht seit 20 Jahren. Da ist einer... Der Statue ist der. Das ist aber nicht der echte Sniper. Der Mörser kommt. Der Mörser Drohne ist down. Ich weiß nicht, ob er gezündet hat. Hat er. Einer pusht mich vor. Einer pusht zum Haus vor. Ich pushe entgegen. Ich bin mit dabei dir, Alex. Ja, irgendwo ist hier einer hinter dem Haus schon. Kun, hast du deine Drohne schon weg? Bei mir ist einer. Bei mir ist einer. Wo bist du? Das war der, den ich gesehen habe, glaube ich. Oh Gott, war er schlecht geschossen, aber ich habe ihn. Sniper ist immer noch an der Statue. Sag, wenn du wieder deine Drohne ready hast. Sniper ist ein ziemlich akkurater Ping. Guck mal, ihr rechts wieder von uns. Ich habe Steps gehört, war gerade mein Problem. Der Feind macht Lärm. Einer ist links oben auf dem Berg. Ah, die Animation sind voll gut. Mann am Boden, Mann am Boden. Ja, Animation kann Ubisoft aber auch. Ja. Der Sniper hat einen erwischt. Der richtige Sniper. Ich sehe leider nichts. Ach, wie das voll, ey. Den richtigen Sniper. Dann versuchen wir dein Glück. Ein HP. Ihr seht es. Der muss nicht heilen gehen. Kann nicht hinschießen, ist hinter Holz. Dafür hat der andere mich jetzt dann gerefragt. Ich pushe den. Vielleicht kriege ich dich da. Hallo. Nicht rausgehen. Er ist immer noch außerhalb der Map. Da oben ist er links von dir, Alex. Hast du ihn gesehen? Kurz über den links. Denk an den anderen Sniper. Der schießt auf dich. Geh weiter rechts. Einen Schritt noch. Okay. Wer ist das? Konrad. Alter. Ich habe den Namen nicht gesehen, weil ich gepresst war. Wo ist der Typ? Die. Hast du Drohne? Nee. Können jetzt natürlich irgendeinem. Der Sniper muss sich heilen gegangen sein. An dem Punkt. Wir müssen ja jetzt spotten hier. Bist du draußen? Nee. Nee. Geh doch zu unserem Mate. Kunde dann vielleicht. Nicht zu mir. Ich will den pushen hier. Du weißt ja nicht mal mehr, ob er noch da ist. So viele Büsche hier. Den kannst du nicht pushen. Das ist unmöglich. Da ist er. Das ist aber der normale Sniper. Warte. Ja, das ist der andere. Warte mal. Einmal muss er nur gucken. Er ist immer noch low. Der will zu der Heelkiste. Wird er nicht schaffen. Und der andere hat einen aufgucken. In dem Gebäude drin. Jo, in dem Gebäude drin. In dem Gebäude? Welches? Ja, in dem großen. Einfach mit Q markieren einmal. Reicht doch. Du könntest mich dann aufheben vielleicht. Halte durch. Ah, ich seh den anderen. Mach jemand mit Q? Ich bin gleich wieder da. Hier hinten. Vor mir. Genau vor mir. Oh, ist links rum gegangen. Scheiße. Du müsstest ihn gesehen haben, oder? Ah ne, jetzt war der Random Sniper hier. Ne, ich bin am Leben nur. Gunnar, der war gerade eben genau vor mir. Ich weiß nicht, wo er hingerannt ist. Vielleicht nach rechts weg. Ja, rechts weg. Ja, rechts weg. Da ist es explodiert. Das hat mir die gesamte Sicht genommen. Ja, der ganze Zaun ist auf. Recht zu mir. Lol. Ich hab echt oft getroffen. Ich hab ihn echt aufgehittet. Ja, Pistole brauchst du nicht. Es war keine Pistole. Es ist meine AK. Also meine... Ich hab ne Assault Rifle und ne Sniper Rifle. Dafür ist die AK ganz schön leise. Ja, nein. Es ist ne Assault Rifle. Also es ist keine... Ich nehm aber wieder den 1. 1-1. Ich nehm aber wieder den richtigen Sniper. Den einen, wo ich den Sniper anschießen konnte. Obwohl ich da diesen freien Schuss drauf hatte. Hab ich ihn halt fünfmal getroffen und der hatte halt noch 1 HP. Und mit der anderen Sniper wär halt One-Shot gewesen. Also es macht... Da find ich die besser einfach. Hat mich grad was dabei, weil Gunnar explodiert ist. Das war vermerklich. Da stand irgendwie so ein Generator, glaube ich. Also ich hab auf ein explosives Fass geschossen. Aber das war bevor Gunnar gepusht hat. Das war... Irgendwie stand ein Generator vor mir. Und durch den hab ich halt nichts mehr gesehen danach. So, jetzt aber der richtige Sniper. So, wir sind wieder oben. Wenn? Ne, unten. Oder was ist für dich oben? Für mich ist die Bergseite oben, die Stadt unten. Äh, Stadt ist für mich oben. Schau dir mal deinen Berg da hinten an. Ne, hier auf der Map ist es wieder andersrum lustigerweise. Auf der Minimap jetzt. Also doch, ne, ist richtig rum. Norden ist oben. Ja. Ich bin für mich unten. Holy fuck. Ich würde direkt angeschossen. Hab einen. Der andere Sniper ist davor. Na gut, kann halt wieder aufgehoben werden, ne? Mörser. Er hat den Mörser noch losgelegt worden. Naja, das hört man an. Das ist pum pum. Sagt, wenn du wieder deine Drohne ready hast, ne? Ja, dauert noch. Boah, das Übersteigen ist manchmal echt langsam. Wird gespottet von irgendwas. Hast du die? Drohne ist weg. Drohne von mir kommt jetzt. Noch wurde er nicht aufgehoben, der eine. Äh, unten beim Holz schon. Ja, zwei. Einer fehlt noch. Hier drin. Bei, bei mir drin. In der Holztüte. In dem Sägewerk. Wenn die. Jetzt kannst du mich aufheben. Da hätte ich nicht mit dem gerechnet, natürlich. Na gut. Was heißt so schnell? Wie ist es? Das war einmal die Tür ja den Timer. Und es war... Ich sporte mich einmal. Raus. Er will wieder auf mich gehen. Scheiße, wir haben Verluste. Alter, wurde jetzt zusammengeschossen. Habe ich den gekriegt oder du? Du weißt es nicht mehr. Also ich habe ihn nicht bekommen auf jeden Fall. Ich wollte auch gerade drauf schießen. Oh, wir haben euch den Baum geflogen. Schön, schön. Nächste Runde, nächster Sieg. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns auch nächstes Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüss.